Die heutige Geschichte trägt den Titel Des Wolkenmachers Reise Auf dem höchsten Berg der Welt Lebten einst die Wolkenmacher Es gab luftige weiße Wolkenmacher Kleine graue und ganz große Dunkelrote Die Weißen waren die Macher der Fantasiewolken In denen man Drachen, Hasen und Gesichter erkennen konnte Die kleinen Grauen produzierten Regenwolken Die immer dann erzeugt wurden, wenn die Erde durstig wurde Die dunkelroten Wolkenmacher waren auf Gewitterwolken spezialisiert Die immer dann den Himmel verdunkelten Wenn sich Menschen ärgerten und daran erinnert werden mussten Dass es noch wichtigere Dinge als Streit gab Es gab noch eine vierte Gruppe von Wolkenmachern Und deren Farbe war rosarot Sie waren für die sogenannten Engelswolken zuständig Diese Engelswolken waren in die verschiedensten Rosatöne getaucht Und erinnerten die Menschen daran, dass es Engel wirklich gab Immer wenn diese Wolken am Himmel standen Freuten sich die Engel ganz besonders Und richteten ihre Flügel gegen Himmel Um den Wolkenmachern zu danken Eines Tages sah ein ganz kleiner, rosa Wolkenmacher einen Engel Der gerade seine Flügel in den Himmel hielt Und fragte ihn Wo bekomme ich solche Flügel her? Ich möchte auch Flügel wie du haben Da antwortete der Engel Ich habe diese Flügel Damit ich ganz schnell zu den Menschen kommen kann Wenn ich gerufen werde Und um damit in den Himmel zu fliegen Damit ich die himmlischen Klänge besser wahrnehmen kann Wozu möchtest denn du gerne Flügel haben, lieber Wolkenmacher? Der Wolkenmacher grübelte angestrengt nach Zu den Menschen muss ich nicht fliegen Und die himmlischen Stimmen höre ich von unserem Wolkenmacherberg eigentlich auch sehr gut Wir wohnen ja schon ganz hoch oben Wozu brauche ich Flügel? Vielleicht, um über den Himmel zu fliegen? Ja, das wäre schön Einmal am Himmel zu fliegen Und die ganze Welt von oben zu sehen Ich mache dir einen Vorschlag Flügel kann ich dir keine schenken Ich gebe dir jedoch ein anderes Geschenk Ich werde mit dir eine deiner schönen rosa-roten Wolken betreten Und dann werde ich sie für dich um die Welt lenken Was hältst du davon? Dann brauche ich gar keine Flügel um die Welt zu sehen? Das fände ich sehr schön mit dir zu reisen Freute sich der Wolkenmacher und begann gleich mit der Arbeit an einer ganz besonders schönen rosa-roten Wolke Die sogar ein bisschen nach Liebe duftete Als die Wolke fertig war Verabschiedete sich der kleine Wolkenmacher vom großen Berg und begann eine lange Reise rund um die Welt Geleitet von dem Engel mit den großen goldenen Flügeln lernte er viele verschiedene Länder und Menschen kennen Und alle erfreuten sich an der besonderen Wolke, auf der die beiden Freunde reisten Eines Tages kehrte der Wolkenmacher wieder zu dem größten Berg der Welt zurück Er konnte es kaum erwarten, von seinen vielen Abenteuern mit dem Engel zu erzählen Doch keiner wollte ihm seine Geschichten glauben Denn noch niemand war je so weit gereist wie er So wurde der Wolkenmacher sehr traurig Und begann die Abenteuer seiner Reisen aufzuschreiben Und als der Bericht fertig war, es waren viele hundert Seiten voller Zeichnungen und spannender Abenteuer Legte der Wolkenmacher seinen Stift weg und begann die Seiten dem Wind vorzulesen Der Wind war ein Freund der Wolkenmacher Denn es machte ihm sehr viel Spaß, die Wolken über das Firmament zu tragen Und als der Wind die Erlebnisse des Wolkenmachers hörte und sah, wie traurig er darüber war Dass niemand auf dem höchsten Berg der Welt seine Geschichten glaubte Begann der Wind, die Geschichten des Wolkenmachers zu erzählen Die Wolkenmacher lauschten gespannt seinen Geschichten und so begannen sie ihrem Freund zu glauben Bald wurde die Geschichte des Wolkenmachers sehr bekannt im Wolkenmacherland Und der kleine Wolkenmacher nannte seine Geschichte auf den Schwingen des Engels Oder meine himmlische Reise auf der rosaroten Wolke Das erste Exemplar des Buches bekam natürlich der Engel geschenkt Der sich sehr darüber freute Und wenn du wissen willst, was der Wolkenmacher alles bei seiner Reise um die Welt erlebt hat Dann frag doch einfach den Wind Vielleicht erzählt er dir die Geschichte vom kleinen rosa Wolkenmacher und seinem Freund, dem Engel Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020